Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Voting Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, dass wir wieder ein neues Spiel suchen, was wir spielen sollen und ich habe dafür extra im Discord mal wieder gefragt, was ihr so sehen wollt. Denn Forrest ist zu Ende gegangen, das heißt wir brauchen wieder was Neues und da habe ich jetzt 5 Spiele aus den Vorschlägen rausgepickt, die könnt ihr gleich voten. Wer jetzt schon die Spiele sehen will, ohne dass ich viel quatsche, da ist ein i, einfach draufdrücken, voten, ein Keksfreund. Aber ich möchte ja noch ein bisschen was sagen, damit ich ein paar Minuten draufkriege und 5 mal Werbung machen kann in 3 Minuten. Nein. 5 Spiele habe ich mir rausgepickt aus den Vorschlägen. Zum einen haben wir Hitman Blood Money, wir haben Ark Survival Evolved heißt das glaube ich, wir haben Oblivion Staffel 2. Wir haben Steam Dick World 2 für die Switch und wir haben 7 Days to Die. Diese 5 Spiele könnt ihr jetzt voten. Wenn ihr nicht wisst, was das für Spiele sind, unten in der Beschreibung findet ihr Links zu den verschiedenen Spielen, beziehungsweise zu den Trailern der verschiedenen Spielen, damit ihr gucken könnt, um was es sich handelt. Und dann könnt ihr einfach voten. Ich gebe euch Zeit bis Mittwochabend. Genau, Mittwochabend wird das Spiel dann quasi ausgelost sein. Und dann nehme ich wahrscheinlich Donnerstagmorgen auf und dann wird es auch Donnerstag direkt kommen. Also voten, 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 voten. Ja, und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt beim Vorschläge geben für Spiele, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link für meinen Discord Server. Da frage ich dann nach, wenn das nächste Spiel vorbei oder die Staffel vorbei ist. Einige Spiele mache ich in Staffel, Episoden, andere Spiele spiele ich komplett durch. Steam Dickroll 2 würde ich jetzt komplett durchspielen. Oblivion Staffel 2 würde ich natürlich nur eine zweite Staffel machen mit 50 Folgen? 50 Folgen, genau. Und Hitman würde ich wahrscheinlich auch durchspielen. Das wird ja nicht so lang sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Wählt es, wählt es, wählt es, Freunde. Wir sehen uns dann am Donnerstag mit dem Spiel wieder. Aber dazwischen würde ich einfach irgendwas anderes bringen. Mal gucken. Mir fällt schon was ein. Haut rein, euer Sehro. Tschüss.